Ja, ich grüße dich in der neuen Woche. Schön, dass du aufgedreht hast. Ja, man glaubt es nicht. Der Oktober wird dann auch bald wieder sein Ende finden. Dann kommt November. Allerheiligen ist dieses Mal ein langes Wochenende, ein Freitag sogar. Aller Seelen ist ein Samstag. Ja, und dann kommt schon der 3. November. Und es freut mich eigentlich sehr, dass das Jahr wieder rum ist, weil man spürt schon, dass die Pfandflaschen sich nicht auf sich warten lassen. Und man fühlt sich dadurch auch noch besser. Also mit ersten, ersten 25 kannst du dir Plastikflaschenmüll sparen. Und man bringt halt die Plastikflasche in den Supermarkt zurück und kriegt die 25 Cent wieder zurück. Deswegen kosten Getränk auch 25 Cent mehr. Aber man kriegt es zurück. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank auch. Tschaui! 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 Vielen Dank.